Natur, Heil, Kunst. Von Honig und Tees bis hin zu Trommeln und Klangschalen bieten wir Ihnen alles für Geist und Sinne. Sie finden bei uns wunderschöne Karten, Kerzen und natürliche Kosmetika. Literatur gibt es ebenso wie ruhige, entspannende Musik. Gerne auch als liebevolles Geschenk verpackt. In unserem Geschäft verkaufen wir auch Engelessenzen von Ingrid Auer, Aurasoma, naturreine Duftöle und für den Säurebasenausgleich die Basenprodukte von Dr. Ewald Töd. Alle Mitarbeitenden verfolgen auch eigene Projekte, sei dies als Aurasoma-Beraterin, Märchenerzählerin, Gesprächsberaterin oder Meditationslehrerin. Natur, Heil, Kunst. Geniessen Sie die Atmosphäre und fühlen Sie sich rundum wohl. Oh, Gott, 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 Gott.